Musik Ist das egal, wofür man die Musik macht? Ja, ich meine, also natürlich als erstes und so, und so ein bisschen, und vor allem natürlich mit dem Regisseur. Also wenn da eben so, also, da, 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 oder so, nicht? Natürlich, aber ich glaube, dazu braucht man nicht reiten. Ist das wichtig für dich, dass du dicht verkaufst und sagst, was danach kommt, ist mir egal? Also früher ist es eben immer so gewesen, oder das ist jetzt, das heißt also Geld und Geld bekommen. Und ich bekomme Geld dafür, das heißt also, dass ich dieses Ganze natürlich eigentlich, und das ist natürlich im Endeffekt, aber ein bisschen eben so dieses im Endeffekt. Die Musik von Bohlen ist uns ein bisschen zu durch, also jetzt will ich es Ihnen zeigen. Also einmal 1, 2, 5, 6, 40, 5, 1, 2, 2, 4, 6, 5, 2, 1 und so und äh, also wirklich. Und Tim, es ist so, also äh, ich habe überhaupt keine Ahnung von Musik, ne. Und die Musik, die du machst, ist Mist? Ah ja, klar, genau. Weil es ist eben der erfolgreichste Mist der Welt und das ist natürlich ganz toll. Ich meine, das schaffe ich nicht, weil ich bin der erfolgreichste aus Deutschland und ist auch nicht ganz schlecht. Äh, also wirklich, äh, oder so nicht. Äh, also wirklich, äh, oder so nicht. Äh, also wirklich, äh, oder so nicht. Äh, also wirklich, äh, oder so nicht.